Nun heute kommt der John zu uns. Dann basteln wir auf das Zero. Der Plan ist, dass wir in diesem wunderschönen Motorradwetter rückwärts kann. Rekuhebel auf dem Motorrad aufbauen. Ich hoffe eigentlich ohne Probleme. John hat das schon auf seinem eigenen Motorrad einmal gemacht. Also rein theoretisch sollte das alles ohne nachdenken und ohne Probleme laufen. So warm ist es nicht? 9 Grad. Das dauert jetzt erstaunlich lange. Ja. 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 Musik Musik